Und das Thema wollen wir vertiefen. Weltherausgeber Stefan Aust ist uns jetzt live aus Hamburg zugeschaltet. Wir grüßen Sie, Herr Aust. Ja. Die AfD, wir haben es gehört, im Deutschland-Trend gleichauf mit der SPD. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe für dieses Erstarken der Alternative für Deutschland? Es ist schon mal erstaunlich, dass die SPD eine so schlechte Wählerzahl im Augenblick offenbar mobilisieren kann. Und dass die AfD vor der SPD liegt oder gleichauf liegt, das müsste auch den Sozialdemokraten zu denken geben. Allerdings muss man einfach ein Stück zurück in die Vergangenheit blicken. Das ist das Resultat im Wesentlichen zunächst der Politik von Angela Merkel. Als sie 2015, 2016 die große Öffnung der Grenzen angeordnet hat mit dem bekannten Spruch, wir schaffen das, da war das im Grunde ein Konjunkturprogramm für die rechten Gruppierungen und vor allem für die AfD. Das hat dazu geführt, dass die AfD es geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen und dort auch zu bleiben. Es ist im Wesentlichen eine Folge der CDU-Politik, die in den letzten Jahren und sich auch jetzt nicht verändernd im Grunde in die Spur der Grünen gesetzt hat. Die CDU ist nicht mehr eine, sagen wir mal, liberal-konservative Partei, wie sie früher mal gewesen ist. Man kann das für positiv halten, wenn man will. Aber es ist nicht einmal die Partei, die sie zum Beispiel unter Helmut Kohl mal gewesen ist. Und das hat auch ganz einfache aktuelle Gründe. Durch die AfD jetzt in den meisten Parlamenten und in dieser Stärke reicht es nicht mehr aus, eine Koalition zum Beispiel zwischen der CDU und der FDP zu machen. Also eine große Koalition kann man auch nicht ständig machen, weil man ja mit der AfD keine Koalition bilden kann. Deswegen bereiten sich alle darauf vor, dass sie auf irgendeine Weise zusammen mit den Grünen regieren. Das ist in sehr vielen Bundesländern der Fall. Und deswegen schleimt die CDU geradezu hinter den Grünen her. Und das, womit Merz mal angetreten ist, nämlich die CDU wieder zu der CDU zu machen, wie sie mal gewesen ist, das schafft er nicht. Und das will er offenkundig auch nicht. Und das ist der Grund, warum diejenigen, die sonst CDU wählen würden, weil sie mit der Politik der Koalition, der Ampelkoalition nicht einverstanden sind, entweder AfD wählen oder aber gar nicht mehr zur Wahl gehen. Wenn man mal zusammenzählt in den meisten Parlamenten oder nach den meisten Wahlen die Zahl derjenigen, die für die AfD stimmen und die Zahl derjenigen, die gar nicht erst zur Wahl gehen, dann haben sie fast überall die absolute Mehrheit. Es ist aber ja so, dass die CDU nicht in der Regierung ist, nicht Teil der Ampel ist. Man ist also die Oppositionspartei, die eine gewisse Wählerschaft von Haus aus eigentlich hat. Und man ist sogar die größte Partei in der Opposition im deutschen Bundestag. Wieso kann dann die Union diese aktuelle politische Lage, vielleicht auch diese Schwäche der Ampel nicht mehr für sich nutzen? Die Union liegt bei 28, 29 Prozent, immerhin. Aber eigentlich würde man doch denken, in dieser Situation, da wären mindestens 35 Prozent möglich oder Pflicht. Ja, weil sie durch ihre Politik, die im Wesentlichen durch Merkel mal hervorgerufen worden ist und die sich auch so fortgesetzt hat, weil sie keine Alternative ist. Ich meine, Angela Merkel hat ja im Grunde sogar die AfD vom Namen her erfunden. Sie hat immer ihre Politik für alternativlos erklärt. Also gab es plötzlich eine Partei, die den Begriff Alternative in ihren Namen mit reingenommen hat. Weil die CDU keine Alternative zur Ampel ist, wählen die Leute eben die CDU nur zum Teil und die anderen wählen AfD oder sie gehen überhaupt nicht zur Wahl. Es ist die Alternativlosigkeit, die politisch gesehene Alternativlosigkeit der CDU, die dazu führt, dass die AfD so stark geworden ist. Die SPD, Herr Aus, die haben Sie schon kurz angerissen, haben gesagt, es muss der SPD auch zu denken geben, dass die AfD gleich auf ist. Könnte man sagen, dass jetzt im Prinzip diese Schwäche der AfD auch langsam auf den Bundeskanzler im Prinzip niederschlägt? Oder ist es mehr oder weniger verwunderlich, dass das jetzt erst passiert? Nein, das war ja verwunderlich, dass überhaupt die CDU, die SPD es geschafft hat. Das hat man ja vor der Wahl sich auch nicht richtig vorstellen können, überhaupt mit den Grünen und mit der FDP dann überhaupt eine Koalition zu bilden. Aber man kann ja sehen, dass in den meisten Bereichen und zwar auch in den öffentlich diskutierten Bereichen die Grünen in Wahrheit den Ton in der Koalition angeben. Das ist der entscheidende Punkt. Und die SPD hat auch den Zugang zu ihren eigenen Wählern zum großen Teil verloren. Sie vertreten die Interessen einer großen Zahl ihrer Wähler nicht mehr, weil sie in der Energiefrage, in der Migrationsfrage im Grunde hinter den grünen Ideologen hinterherlaufen. Und das ist das wirkliche Problem. Sie vertreten die Interessen der Wähler nicht mehr. Und Sie können auch verstehen, man kann ja auch sehen, und das gilt für die CDU zum großen Teil auch, man hat den Eindruck, dass sie die Interessen von vielen Leuten vertreten, von der ganzen Weltbevölkerung, die Interessen des Klimas und welche Interessen alle. Aber sie nehmen die Interessen der eigenen Bevölkerung nicht mehr genügend wahr. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die entweder gar nicht mehr zur Wahl gehen oder dann eine solche merkwürdige Partei, problematische Partei wie die AfD wählen. Nur, die AfD ist natürlich auch nicht ganz blöd. Die nehmen natürlich auch die Themen, die die anderen nicht aufgreifen, die nehmen sie und machen sie zu ihren Themen. Und damit sind die Themen natürlich sozusagen gebranntmarkt. Und deswegen, wenn jemand eine ähnliche Position einnimmt in irgendeiner konkreten Frage, dann heißt es, oh, du redest ja wie einer von der AfD. Früher ist das so wie früher Trump oder sowas. Nur, ich sage immer, wenn, was weiß ich, wenn Alice Weidel sagt, es regnet, dann scheint jetzt noch lange nicht die Sonne. Man darf sich von diesen Leuten nicht vorschreiben lassen, was man sagen oder was man nicht sagen darf. Man muss seine eigenen Interessen und vor allen Dingen die Interessen der Bevölkerung, des Landes und der Wähler primär vertreten. Und solange die CDU zum Beispiel das nicht macht, wird sie an Stimmen nicht so viel kriegen, wie eigentlich vorhanden wäre. Stefan Aust, der Herausgeber von Welt, vielen Dank für die Einschätzungen. Danke aus Berlin nach Hamburg. Ja, Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wie Sie uns da? Vielen Dank.